Willkommen zu meinem Review-Video über das YESTEL Android 13 Tablet. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses beeindruckende Produkt erzählen und warum es eine großartige Investition für Sie sein könnte. Lassen Sie uns zunächst über die Merkmale und Funktionen dieses Tablets sprechen. Das YESTEL Android 13 Tablet verfügt über das neueste Android 13 Betriebssystem, das Ihnen eine verbesserte Privatsphäre und personalisierbare Anwendungssymbole bietet. Sie können Widgets wie Wetter, Kalender und Bilder einfach verwalten und Ihr Desktop-Thema verschönern. Mit einem 2,0 GHz Prozessor, 12 GB RAM und 128 GB ROM bietet dieses Tablet eine beeindruckende Verarbeitungsgeschwindigkeit und ausreichend Speicherplatz für all Ihre Lieblingsvideos, Fotos und Spiele. Und wenn das nicht genug ist, können Sie den Speicherplatz mit einer Micro-SD-Karte um bis zu 1 TB erweitern. Ein weiteres Highlight dieses Tablets ist die 5G plus 2.4G WiFi-Unterstützung, die eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung ermöglicht. Sie können auch drahtlos über Bluetooth 5.0 Dateien und Audio übertragen. Der 10,1 Zoll LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1280x800 Pixeln bietet lebendige Farben und einen Augenschutzmodus, der Ihre Augen vor Schäden schützt. Und mit dem 6000 mAh Akku können Sie stundenlang Audio und Video genießen, lesen und Videoanrufe tätigen. Was dieses Tablet wirklich einzigartig macht, ist, dass es ein 2 in minus 1 Gerät ist. Im Lieferumfang sind eine Bluetooth-Tastatur, eine kabellose Maus und eine Schutzhülle enthalten. Sie müssen also kein zusätzliches Geld für Zubehör ausgeben. Das T13 Tablet ist perfekt für den täglichen Gebrauch, sei es für Unterhaltung oder Arbeit. Aber lassen Sie uns nicht nur über die technischen Daten sprechen. Lassen Sie uns hören, was echte Nutzer über das YESTEL Android 13 Tablet zu sagen haben. Melly T. Aus Deutschland gibt dem Tablet 5 von 5 Sternen und sagt, dass es ihre Erwartungen erfüllt hat. Sie nutzt das Tablet für eine bestimmte App und ist mit der Geschwindigkeit und Leistung zufrieden. Sie erwähnt auch, dass die Lieferung schnell war und das Zubehör ausreichend. Ein weiterer zufriedener Kunde ist JustMe, der dem Tablet ebenfalls 5 von 5 Sternen gibt. Er lobt die Leistung, Geschwindigkeit und Bildqualität des Tablet. Er ist auch begeistert von dem umfangreichen Zubehör, das im Lieferumfang enthalten ist. Dennis M. Ein Elternteil, ist besonders beeindruckt von der Zuverlässigkeit und dem erschwinglichen Preis des Tablets. Er sagt, dass das T13 Tablet seinen Kindern ein großartiges Nutzererlebnis bietet und eine kluge Investition in ihre Bildung und Unterhaltung ist. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,5 von 5 Sternen und insgesamt 254 Sterne Bewertungen können Sie sicher sein, dass das YESTEL Android 13 Tablet eine gute Wahl ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das YESTEL Android 13 Tablet mit seinen beeindruckenden Merkmalen und Funktionen, dem umfangreichen Zubehör und dem erschwinglichen Preis eine großartige Investition ist. Egal, ob Sie es für Unterhaltung, Arbeit oder Bildung nutzen möchten, dieses Tablet wird Ihre Erwartungen erfüllen. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das YESTEL Android 13 Tablet auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere hochwertige Inhalte zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.